Also langsam, Melina, wirklich. Der Lehrer-Style kommt langsam wirklich durch. Ich komme mich mal wieder nicht retten, wir sind einkaufen und es kracht. Aber das ist ein Quatsch-Pulli, den muss ich hier gerade ausreden. Eli ist bei seiner Lieblingsabteilung unterwegs. Ja, das ist wirklich. Man kann nie genug haben. Ich habe mir ein paar Unterbuchsen geholt und sie hat sich Erdbeer-Sacken geholt. Und Pinke. Oh mein Gott, zeig die Marke. Ich wollte von Hand, das gab es nicht. Ach du Scheiße. Du bist der Wirt. Du legst jetzt zurück. Ja, okay. Ich bin dein Botschafter, verstehst du das? Aber die nehme ich trotzdem. Die Erdbeeren gehen klar von mir aus.